Laut Oktonautenkarte sind wir hier, im Mittelmeer. Hab ich recht? Äh, ja. Nun, ich habe aber zufällig meine eigene Karte dieser Gewässer. Ausgezeichnet quasi mit einer guten Karte kann man völlig neue Orte entdecken. Ja, und mit einer speziellen Geheimkarte kann man Orte finden, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. Hm, wo hast du die denn gefunden? Ausgegraben auf der Katzenpfoteninsel, damals während meiner Piratenzeit.